Überraschende Wende bei Die Bachelorette Kandidatin Leila verlässt die Show freiwillig. Im Halbfinale teilte die Hamburgerin Stella ihre Entscheidung mit. Während eines Home-Dates lernte Leila Stellas Mutter Inge kennen. Doch Leila hatte bereits beschlossen, auf die Rose zu verzichten. Im Interview mit Promiflash erklärt sie ihre Beweggründe. Ich hatte das Gefühl, dass das Potenzial, mich in Stella zu verlieben, zu gering war, so Leila. Sie spürte, dass sich ihre Emotionen nicht weiterentwickelten. Ich musste ehrlich zu mir selbst sein und auf mein Bauchgefühl hören, erzählt die 27-Jährige. Nach ihrem Ausstieg fragt sich Leila manchmal, wie es gewesen wäre, der Beziehung eine Chance zu geben. Aber dennoch war ich mir mit meiner Entscheidung sicher. Es hat sich richtig angefühlt, betont sie. Das Treffen mit Stellas Mutter fiel Leila nicht leicht. Gegenüber Promiflash verrät die Sozialarbeiterin. Es fiel mir schwer, den Moment zu genießen. Ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich Stella gleich eine unschöne Nachricht übermitteln würde. Sie hätte Stella gern vor dem Treffen mit Inge über ihre Gefühle informiert. Nach ihrem freiwilligen Abgang hat Leila nun einen klaren Favoriten. Ich gönne Devin die letzte Rose am meisten, plaudert sie aus. Doch Stellas Mutter Inge zeigte sich von Devin weniger begeistert. Sie meinte, dass der 28-Jährige optisch nicht ihr Fall sei. Dieses Statement sorgte bei den Fans der Kuppelshow für Unmut. Unter einem Instagram-Foto kommentierte ein Zuschauer. Sorry, aber die Kommentare von Stellas Mutter über Devins Aussehen sind mehr als unangebracht. Ob Devin dennoch Stellas Herz erobern kann, bleibt spannend.